ich war bisher kein begeisterter stand-up paddelfahrer jedoch now jetzt wenn ich das so sehe von der firma brabus top verarbeitung top optik und mit unserem scuba jet dem kleinsten jet der welt kann man hier sogar bis zu acht stunden kilometer angetrieben von diesem jet auf dem wasser fahren wie steuert man den scuba jet mit dieser wunderschönen uhr am handgelenk dort gebe ich die geschwindigkeit ein also das ist ein gimmick ein trend für 2021 schaut euch an auf luxury gadgets dort findet ihr alle details